Bevölkermarkt reicht es letztlich nur zum Ehrentreffer und der fällt in Minute 68. Torschütze ist Jean-Diego Moser, erstellt auf 1 zu 3 aus Sicht der Gäste. Das war's dann aber. Vorwärtssteier freut sich über den ersten Heimsieg in der Ära Helmut Kraft, für den der Junge aus, um anschließend selbst einen katastrophalen Rückpass zu spielen. Und dieser wird von Moser abgefangen und dann macht es der Vöckler-Markter ganz gefühlvoll. Er überhebt Goli Binder und besorgt so den Ausgleich zum 1 zu 1 in der 33. Minute. Blau-Weiß bringt sich einfach immer wieder selbst um die Früchte ihrer Arbeit. Wenngleich schaut Diego Moser, dass hier natürlich richtig gut macht. Blau-Weiß bekommt noch... Hierher ein gebrauchter Abend für das Team von Thomas Hofer. Mittlerweile ist fast eine halbe Stunde gespielt, aber jetzt wird auch in der Hälfte der Klagenfurter gekickt. Stefan Sammer auf Jean-Diego Moser, der Anschlusstreffer. Ein schöner obendrein. Moser kam im Winter aus Brasilien, um in Vöckler-Markt Tore zu schießen. Und dass er das kann, das zeigt er hier. Das 1 zu 2 aus Sicht des Klagenfurter-Torwarts. Und der, nämlich Philipp Dimitrovic, bekommt gleich wieder was zu tun. Denn die Grün-Gelben machen plötzlich Druck. Markus Lexl auf Stefan Sammer. Und was der Moser kann, kann der Sammer schon lange. Die UVB ist endgültig zurück. 2 zu 2, 34. Spielminute. Der Ausgleich fast identisch mit dem Anschlusstreffer. Vielleicht war er noch leicht abgefälscht, aber den Vöckler-Marktern wird es egal sein. Jetzt nur nicht wieder einen hinten einfangen. Aber der SK-Austria Klagenfurter kann nicht mehr so nachsetzen wie zuvor. Stefan Sammer im Zusammenspiel mit Jean-Diego Moser. Noch einmal Sammer, noch einmal Moser. Und Ibrahimovic 4 zu 3. Die UVB hat das Spiel endgültig gedreht mit Kampfgeist und einer großen Portion Willen. So möchten, dass die Fans auch sind. Edin Ibrahimovic weiter zu Michael Sammer. Und Jean-Diego Moser mit dem 2 zu 0. Wieder sehr schön herausgespielt von den Grün-Gelben. Und Moser mit seinem sechsten Tor im achten Fluchtspiel. Diese Quote kann sich durchaus sehen lassen. Die Vöckler-Markter liegen zwar zurück, sind aber noch lange nicht im Osterurlaub. Das ist Jean-Diego Moser. Und das ist das 1 zu 4. Der Brasilianer im Dress der UVB mit dem Anschlusstreffer. Sein viertes Tor für die Grün-Gelben. Die Partie ist aber noch lange nicht zu Ende. Wieder ist es Moser. Und auch er darf über einen Doppelpack jubeln. Nur mehr 2 zu 4, wenn jetzt die UVB doch noch zurückkommt. Eines muss man den Vöcklermarktern zugutehalten. Nun geht es wieder in die andere Richtung. Jean-Diego Moser. Und der wird hier von Salentini gefoult. Und zu Recht zeigt Andreas Zangerle auf den Punkt. Moser, der ist sofort zum Ball gestürmt und tritt selbst an. Bislang sehr bemüht, aber noch zu ungefährlich. Und Jean-Diego Moser mit seinem ersten Treffer im ersten Spiel. Die Partie jetzt auf der Kippe.